Eine Sache, die ich gar nicht kann, ist Fußball. Aber ich mag es, mit meinen Freunden ins Café zu gehen und die zu beobachten, wie die Fußball gucken. Jeder von denen anders. Meine deutschen Freunde, die sind sehr präzise, aber gefühllos. Hast du das gesehen? Also der hätte ja locker in den freien Raum spielen können. Ja, den Hintermann, die Nummer 9, ja, die hat ja keiner bemerkt. Also über außen, über den rechten Flügel kann man doch mal spielen. Also das wird ein Nachspiel geben, die drei Punkte können, die sich in die Haare schmieren. So, was redest du da, Alter? Meine türkischen Freunde sind krass. Die sind immer sehr emotional und aggressiv, zeigen es aber nicht. Erst, wenn die den Raum verlassen. Spiel ist verloren. Das Einzige, was man hört, ist Missgeburt. Hadi, Jungs, ich bin weg. Hadi, Geräuschflüss. Ja, Kschämler. Ja, Selim Nelikum. Ja, macht's gut. Ja, haut rein. Macht die Türe zu. Ah, was soll das denn? Mal verlieren. Immer fucking. Schon wieder 200 Euro verloren. Ganze Kindergeld verspielt. Sind nicht mal meine Kinder. Meine arabischen Freunde sind heftig, die tanzen einfach immer. Spiel ist vorbei. Die Jungs. Lalalalala. Ey, Jungs, ihr habt verloren. Was? Wir haben verloren. Egal. Lalalalala. Irgendwann fällt mir auf, Moment mal, das sind die Spiegelbilder der Kommentatoren. Der deutsche Kommentator auch. Präzise, aber gefühllos. Ein Pass über den linken Flügel. Flanke in den 16er. Kopfball und aus. Abstoß. Weit über die Mitte. Faul. Rote Karte. Er kann duschen gehen. Das war's. Der türkische Kommentator ist heftig, weil der beleidigt einfach den Spieler und dessen gesamte Familie. Ah, was ist das für ein Pass? Jemand soll seinen Vater anrufen. Er soll sich schämen. Ah, dieser Hund seine kleine fette Schwester spielt besser als er. Was ist das? Aber Leute, der arabische Kommentator auf El Jazeera, der geht ab. Feeling, Power, Emotionen, Musik. Lionel Messi, El Qasir, Minel, Barcelona. Lionel Messi, Lala, 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 Lala.